ich gleich wichtig hier die stück und die stück wie stück die stück so bist du schon da ist doch alles gut hat morgen wird ein sonniger tag war noch in dem wohnen ganzen tag regeln sollte mir noch wahrscheinlich sind die vorher sagen das gleiche auskippen neues könig in der soße das habe ich vorhin schon gesagt aber da hat mir keiner zugehört du könntest aber noch eine ich will nicht ich nicht warum normal im verhältnis zum 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 dinge oder die facecam ein stück nach oben da können die leute den text besser mitlesen so nach oben kommt da text ja der text der angezeigt wird wenn gesprochen wird beziehungsweise wenn die nachrichten kommen hast du so ein textfeld und ach so müsste mich aber weiter nach rechts ziehen er ja oder so passt so lassen sie gehen mal nach rechts lumi so also die ganze sind uns heute günstig sogar kanzler neben mir schon neutral bei mir stand sie für ihr bestes tun um euch glück zu bescheren würden sind jedoch nicht gleich vielleicht nicht vielleicht waren sie zufällig letztes mal immer gleich die letzten 13 tage das wäre krass das wäre witzig ja bei drei leuten ich habe es nur zwei getestet vielleicht ist es heute auch gelesen ja ja ich hab's jetzt extra noch mal gelesen hat geburtstag was mochte denn hey ich glaube ich weiß es wenn ich bin zuerst hat fast alle nackst du mir vielleicht sagen ich glaube mit wisten weil die die da sind und hell ja auch lila haare hat ja die hat keine lila haaren das ist epigel ach verdammt kacke epigel hatte ich geheiratet wer war der heli noch mal wissen schon erzählt dass du sie angeflottet hast nur angeflottet haben kinder gehabt mit kinder so weit war ich noch nie das habe ich noch nie gemacht also es muss ja nicht gleich in die vollen gehen wenn du sie geheiratet das kannst auch kinder machen der nächste logische schritt erwarten heli kann sich nachgucken ist die blonde die eine mal anbildstolze irgendwie so ein bisschen nach die blöde tosse aber die will auch mal mit ist haben ich glaube bestimmt auch ein amethyst deswegen ja ich komm schon papa 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 sammel wenn du amethisten siehst wir brauchen noch amethisten wenn du einfach weiter da muss ich mich ja dann wieder selber durch arbeiten und ich komme runter bin sogar ein zweiter runter wie das ganzen ist ja ganz nach unten zu kommen mit null auflösung natürlich auch sollte man den vorteilen卡 immer generell dass die menschen vorteile viel mehr siehst wo dann zeitlich ja du hast schon den nächsten weitergefunden warum mache ich überhaupt was lass die frau mir halt hier geht es runter ich glaube ignoriert und nicht geliebt von uns alles gut aus muss auf dich aufmerksam machen was du dir alleine so ich dir helfen ich hoffe ich schaffe alle gut mama jetzt gehirne auf ach jetzt habe ich ja gar kein ring mehr stimmte werden neues spielstand noch ein passenden ring für dich ich habe leider ich gehe eh wieder angeln verbringen wir heute wieder einen halben tag mit anderen wahrscheinlich oder den ganzen tag hast du denn jetzt glück nö aber ich kann ja trotzdem bei regen angeln ich gehe es ja trotzdem gut wir brauchen wenn du raus findest wo es gibt wäre das voll cool den habe ich in meinem single der sich gefunden und wo ist der ich glaube tatsächlich einfach in den flüssen oder den sehen in welcher jahreszeit frühling ich habe noch nicht über den frühling hinaus gespielt ist einfach bei regen glaube ich das muss regnen damit du den kriegen kannst hast du jetzt so ein singleplayer angefangen parallel letzte woche habe ich weil ich lange weile hatte bis ein singleplayer gespielt ist heute mein geburtstag stimmt wohl danke das ist nett was hast du jetzt geschenkt damit ist es nicht kein hier geht es runter ich bin ich schon kennengelernt bei du er fehlt mir jetzt noch zu kennen hier gibt es der blöde baseballspieler fehlt mir immer noch das bessere stört wo sind der baseballspieler eigentlich ich muss meinen inventar ein bisschen auslernen mir passt es noch ein bist du eigentlich kein platz der footballspieler meine ich wisst ihr wo der footballspieler wohnt der mit der grünen jacke der alex kann sein dass der schlucki mit den blauen augen ja ich weiß wo er wohnt bei seiner oma und der trainiert gerade der wohnt bei seiner oma okay damit ist er für mich raus der wohnt bei den beiden zwei alten leuten bei dem mann im rollstuhl ist damit drin was hast du denn vor hat hier ich gerade die angel ausgewogen stimmt auf level 10 kann man ja auch noch ja auf die auf der wir sind schon auf level 20 und da könnte zu angeln das würde gehen halt von den dingen dort hinten abstand hier geht es runter ich bin dann weil ich heute wir haben wirklich glück gott was bist du denn für ein fisch bist du ein aal hast du ein aal gefunden das ende sich ziemlich schnell bewegt ist jetzt in die in die zwischenpassage bei der berlin hier ist richtig hergefunden und ich habe einen katzenfisch gefunden den brauchen wir auch ich kann den brauchen wir irgendwann für die für die wand ja wir brauchen jeden für die wand ne brauchst du spezialstück aber katzenfisch gab es auch quests auf jeden fall das weiß ich letztes mal hatten wir noch oder angeln wir noch drei stück davon oder sechs für jeden zwei die sind gar nicht so einfach zu angeln ja das ist mir doch egal du schaffst es schon hier gibt es amethisten oh scheiße inventar voll warte mal ich schmeiß was schmeiß ich raus ich möchte dir nicht die fasern anbieten ich möchte genau das habe ich für mich damit ist willst du auch noch einen ja ich würde bei nächster gelegenheit gerne eine bessere angel kaufen den wunsch hast du letztes mal schon könnten einfach mal einen rucksack kaufen aber die angekoste nur 500 rucksack 2000 hat ein typ ist rausgekommen attacke das habe ich alle kennengelernt das ist kein gutes wetter für sport können wir noch gewichte heben so dann der macht viel sport mache jemanden ein geschenk habe ich jetzt natürlich gerade schon gemacht ja der macht viel sport genommen ja leider kommt schon es ist das sport freak wir sollten spätestens gegen 18 uhr ich habe keine energie mehr da unten sind amethisten da 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 dann kannst du dir selber welche holen und das ist natürlich jetzt doof dann schmeiße ich das kupfer weg hast du dir amethisten mitgenommen ja ich habe zwei stück schon lustiger weise ah ja cool super dann such jetzt mal hayley wo ist denn hayley wo bist du da drüben wir sogar schon die nächste leider ich mach mal weiter hier ich habe noch ein bisschen energie naja mach du nur 29 bin ich da schaffe ich es leider in die 30 wenn du wartest kannst du dir kleiner ich bin schon weg blaubarsch kann ich eh nicht ich habe nämlich keinen keinen platz mehr muss jetzt erst mal hey finden ich habe jetzt erst mal die ladies habe ich gerade in die bar gegangen wenn ich mich nicht aber ja so schön ab und an steht es hier denn du musst ja eigentlich noch die stiefel abholen ja ich bin gelegenheit machen stiefel wir hatten schon stiefel stufe 10 stiefel ich habe schon so oder stufe 5 stiefel irgendwie einzuarbeiten 20 und zwei kann man dir kannst du dann unter 30 noch was wollen ja ich weiß schon keine hayley doch nicht die ist vorhin mir vorbeigestapft aber vielleicht schon weiter vielleicht ist auch wieder zu hause hauptsache sie hockt mich in dem zimmer da darf ich ja nicht hin tja so stalker wie du dürfen da halt nicht hin wo wohnt die denn und die hier in dem sonnenhaus aber die sonne dran ist jetzt bin ich gerade in das leben dran gegangen bin ich der meinung ich war mir nämlich nicht mehr sicher an welchem warte sind buch ins wasser gefallen schweinerei hat sich gefreut rufbuch aktualisiert lieferung warte mal was wie man freunde mit und es war die letzte bei mir scheinbar schon alle geschenke jetzt kann ich noch eigentlich abenteuer gehen und kann derweil mal mein altes schwert verkaufen eigentlich hatte ich jetzt ein scharfzünglichen kommentar von euch aber ich war sehr mit mir selbstbeschäftigkeit ist immer selbst beschäftigt ich will kohle ich habe zentrisch oder so egoistisch zentrisch nicht egoistisch ist alles das gleiche ich bin real für mich ist alles ego und sprachwissenschaft dann muss ich ein bisschen differenzieren muss man kann mit niemandem über integration reden der nicht differenzieren kann brauchen wir schleim für irgendwas also stein auch da kann nämlich lieber die kohle mit kannst du aus schleim auf jeden fall irgendwann mal öl machen wenn wir schweine und trüffel haben ja das haben wir jetzt direkt noch um die ecke quasi steine muss ich jetzt abbauen um zu kommen so hallo zurück glaube ich das kann irgendwas verkauft ja sie damit ist sehr gut muss ich dann dahin gehen und ich gebe dem ein schwert wenn du dann wieder dahin muss ich habe ja schon das alte noch aber ich kann ja dann das neue von mir gebe ich eher so selten die mine das ist lieb ich habe die 30 noch geschafft ich kann ja auch alternativ dazu einfach einen neuen kaufen wenn erst erst auf erst einer angel dann mein dann unser dreier rucksack und dann blau barsch länge 69 zentimeter soll ich hier dieses oder mal den erdkristall soll ich den aufheben ich habe zwei stück davon ja erdkristalle aufheben die kann man noch weiter noch weiter einschmelzen zum beispiel gleiche kann man auch weiter einschmelzen kann man noch irgendwas mit machen und verschenken spielt mindestens geld generieren durch unser anbau zeus worum ich mich heute schon gekümmert habe ich habe die kartoffeln angebaut geholt und angebaut ich bin dahin ja aber ihr habt gar nichts gemacht ja ich habe wenigstens irgendwas gemacht da kommen wir haben gemein ja hallo ich habe gerade 100 mit meinem neuen schwert verdient ja und hab die wir haben die edelsteine besorgt die du verschenkt hast ja das ist ja richtig so macht man das was haben die kiste hier außen ich bin schlagen drin dass ich habe jetzt einfach mit graue die braune kiste ganz rechts war ist noch nichts drin die habe ich zuletzt hingestellt gehabt also wenn ihr schon ordnung halten wollte irgendwie ordnung cool da habe ich noch nichts rein getan man kann ja dort ausrüstungssachen rein tun dann tun wir ganz rechts immer unsere ausrüstungs gedöns rein ist ja okay können wir machen dann liegt die nicht in dem anderen quatsch mit drin rum aber er soll lange schlafen gehen jungs 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 ja aha sie ist also ein junger wusstest du das noch nicht nein vor allen dingen sie ist also ein junger jetzt kommst du nicht mehr nachts kuscheln ich bin schon nicht mehr bei dir du weißt dass ich ein junger bin genau seitdem der mutter die umwandlung hat es nicht mehr da müssen darf ich nicht mehr meine schönen puste reden ich muss sie zeigen oder so eine zwischen stufe zwei sehr schön damit könntest du zumindest ein paar zuschauer generieren es ist halt echt so sammeln stufe drei zapp fahren kann ich jetzt machen und zapp an sehr gut das bringt uns niemand fehlt noch ich nicht natürlich nicht niemals da haust